So, ich warte jetzt, bis die Figuren trocken sind und habe noch mal Glitzer aufgefüllt und Steinchen und Edelsteinchen. Die Figuren müssen auf dem Kleber trocknen. Da mache ich noch ein paar Edelsteine dazu. Ach, das haben wir jetzt alles. Die Porzellan-Igel habe ich doch nicht genommen, weil das zu schwer ist. Ich habe nur so Plastikfiguren von den Schubladen, von den Kindern genommen. Ah, da habe ich noch eine. Die mache ich auch noch. Genau. Aber wir haben keine Glitzer mehr. Aber nur noch viele, viele Edelsteine. Und dann schauen wir mal, wie es nach aussieht. Macht Spaß? Ja. Vielen Dank.